Die Mannschaft sehr zufrieden und auch mit dem Herausspielen, vieler Torchancen, vieler Positionen. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass einige jüngere Spieler oder auch Spieler, die in der Vorwoche nicht gespielt haben, heute ihre Aufstellung gerechtfertigt haben mit einer tollen Leistung. Genç Spieler haben die Chancen sehr gut und die Performance sehr gut gemacht. Ich bin zwar im Moment Gegner von Galatasaray, aber auch immer Freund. Ich bin jetzt Galatasaray'in der Räkipi, aber immer noch ein Freund. Wir haben auch versucht, wir haben versucht, aber wir haben etwas über die Geräte gewonnen. Wir haben noch mehr die Zeit von uns zu sehen. Wir haben auch noch nicht gewonnen. Wir müssen uns die Zeit nicht mehr, wir müssen uns auch die Tatsache und wir haben. Wir müssen uns auch hier in der Tatung machen. Wir wollen uns etwas mehr auf die Tatsache. Wir wollen uns ein paar Jungen sehen. Wir wollen uns die Fiziksel Kapasites, Wir haben den Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln. Wir haben den Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln.